Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenshu Wrath of Heaven. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal, also ich mache direkt weiter. Wir waren ja beim letzten Mal, äh, waren wir ja bei First Goda. Ach ne, wir waren nicht bei First Goda, wir gehen jetzt zu First Goda, Entschuldigung. Letztes Mal haben wir ja den Sohn von Ichigoja gekillt. Und genau, jetzt sollen wir zu First Goda ins Schloss gehen und, ähm, den Verräter tüten. Es gibt nämlich einen Verräter und, genau, den sollen wir killen. Und, ne, Moment, die Kulltrops nehme ich nicht mit, ich nehme hier drei Schuriken mit. Und Ninja Rebirth sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Legen wir die Bomben weg und das, äh, das, äh, bringt dich nämlich zurück, wenn du gestorben bist, genau. Ah ja, Execute Hamada and Return to Lord Goda. Okay, do not kill Goda's Guards. Aber wie, woher weiß ich denn, ob das Goda's Guards sind? Na ja, egal. Schloss Goda. Okay, äh, jetzt bin ich hier, okay. Okay, aber Frage ist jetzt, Moment mal. Frage ist jetzt, wer ist ein Guard von Lord Goda und wer nicht, ne? Ich glaube, diese Typen mit diesen Schulterdingern, das sind, glaube ich, Typen von First Goda, hä? Ja, ich schau mal. Oh, und? Hier muss man ja übelst vorsichtig sein, okay, was haben wir hier? Einmal Ninja Rebirth, okay, geil. So, da ist ein Typ, aber ist er von First Goda? Ich glaube, ja, hä? Ich glaube, ja. Ich weiß halt nicht, ne, wie man das rauskriegt hier. Hey, das ist, glaube ich, auch einer von First Goda, oder? Ich glaube, ja. Hä? Nice salary job, okay. Oh mein Gott, er kommt hier hin. Ah. Ah. Oh mein Gott. Alter, ich komme hier nicht weg. Fuck. Fuck. Scheiße. Aber da kann man das ja mal ausprobieren, wa? Moment. Ne. Ne. Moment. Ey, wie soll ich das denn machen? Ich weiß ja nicht, wer First Godas Männer sind und wer nicht. Die sehen ja alle gleich aus. Naja, egal. Äh, was? Was geht denn hier ab jetzt? Ah, Moment, schaut mal da. Auf der Karte, da sind so Typen, so Sachen abgebildet. Und vielleicht sind das die Gegner. So. Da ist doch noch einer. Scheiße. Hä? So, jetzt können wir das ja mal ausprobieren. So, jetzt können wir das ja mal ausprobieren. Ah, Mann, ich will sowieso mal was ausprobieren. Ey. Du gehst mir langsam echt auf den Sack. Du gehst mir langsam echt auf den Sack langsam. Typ hier. Ah. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Okay. Okay. Ah, was? Oh, fuck. Scheiße. Mission failed. Ja, toll. Also diese Typen mit den Schultergürteln. Das sind Godas Männer. Okay, ich verstehe. Fuck. Scheiße. Egal. Äh, okay. Ja, das ist auch sehr verwirrend. Müsst ihr doch, glaube ich, zugeben, oder? Ich nehme ja wieder die gleichen Items mit und ja. So, ist das Sticky Bomb? Nee. Nee, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so. Hä? Hä? Nochmal das Ganze. Okay. Shit. Also diese Schultertypen, das sind... Also diese Typen mit den Schulterhalftern da, mit diesen Panzern. Das sind Lord Godas Typen, ich verstehe. Okay. Ja, aber wie unfair ist das denn? Man darf sich nicht entdecken lassen. Und... Keine Ahnung. Man darf die nicht killen, wenn die einen entdecken und die einen abfacken. Okay. Ja gut, dann ist scheiße. Okay. Fangen wir nochmal von vorne an. Wir waren jetzt zum Glück noch nicht so weit. Okay, also diese Typen nicht killen. Alles klar, ich verstehe. Ja, aber wie soll man denn das machen dann hier? Moment mal. Das ist irgendwie scheiße grad. So, dann haben wir ja... Waren wir ja hier, ne? Genau. Kommen wir nicht hier irgendwo hoch. Nee, kann man nicht. Schade. Hä? Was hab ich denn hier gesehen? Hä? Ah, hier, ja. Ah! Shit, nein. Hau ab, Brudermann. Wo soll man denn jetzt als erstes hin? Wir können in beide Richtungen. Und in beiden Richtungen sind Leute. Da muss man sich jetzt hier durchschleichen. Oh, Mann. Was ist das denn für ein Kack? Ja, jetzt dreht er sich rum, oder was? Ey. Ah, ey. Wie soll man das machen? Das... Wie soll man das machen? Das geht nicht. Moment. Alter. Geh mal zu dem. Geh mal weg hier. Boah, das ist ja eine übelste Sneaky Mission hier. Oh, da ist der. Okay. Scheiße. Oh, Mann. Geh weg! Oder ist das okay, wenn ich hier ein paar Mal entdeckt werde? Weil das kann ja nicht sein, dass man sich hier komplett durchschleichen muss. Da ist der Nächste wieder. Oh, Gott. Nee. Der kommt. Oh, was ist das denn? Oder? Nee, der kommt nicht. Doch, jetzt kommt er. Toll. Hier muss man doch irgendwie weiterkommen. Was ist das denn für ein Müll? Da ist einer und da... Da ist auch noch einer. Ja, wie soll ich das machen, wenn die da so blöde Routen gehen? Da komme ich nicht vorbei irgendwie. So, ja. Mensch. Okay, okay. Ich kann mal hier nach links. Ich kann hier... Nein, das ist, oder? Nee. Gut, okay. Alles klar. Dann... Da ist noch einer von denen. Hier sind doch nur Goda-Männer. Das checke ich gerade nicht. Oh. Okay. Okay. Oh mein Gott. Nein. Wie soll man denn das machen? Okay. Oh, gut, ey. Nein, 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 nein. Wie soll man denn das machen hier? Ja, danke schön. Danke schön. So. Wie soll man denn das machen hier? Hier so komplett ohne gesehen zu werden. So, komm schon. Hier kann man nicht rein, okay. Nee. Dann, keine Ahnung, also... Das sind ja alles Goda-Männer. Das sind ja alles Goda-Männer, oder? Meine Wife, ja, ja. Du und deine Frau, ich weiß. Boah, das ist übel sneaky gerade. Ah ja, das ist hinter mir noch einer, ey. Ah, boah! Was? Boah, ich bin erschrocken. Oh, scheiße. Ja, toll, jetzt bin ich wieder hier drin. Oh, Mann. Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Ah! Oh, Mann. Alter! Was ist das denn, ey? Das ist ja übelst krass. Das ist übelst krass, ey. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen, ohne dass die mich entdecken? Es geht nicht! Es ist unmöglich, ey. Ich glaube, jetzt ist egal. Wenn ich hier... Nein, lass mich doch! Ich bin doch ein Freund. Warum schlagen die mich überhaupt? Naja, keine Ahnung. Oh! Da ist noch einer! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Jetzt mal ehrlich, was ist das für eine Scheiße hier? Was ist das für ein Abfuck? Okay. Trinkt das bitte. Ach. So. Wie soll ich das... Aber was heißt denn diese Zeich... Ah, Moment. Ich muss hier irgendwo rein. Moment mal. Ah! Ah! Ist das ein... Ah! Okay. Okay. Krass. Ach so. Man muss sich immer auf die Punkte der Karte schleichen. Ah, das sind die... Das sind die. Ja. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist dieses zum Gegner ranziehen. Alles klar. Okay. Ne. Äh. Ah! Hier ist irgendeiner ganz nah. Nein! Steht der direkt da mit seiner Fresse vor der Tür. Alter. Wo ist der denn jetzt? Da. Rechts. Da. Da. Lauf! Lauf! Oh! Da ist noch einer. Geh weg! Hör auf mit deinen Killmoves. Hör auf mit deinen Killmoves. Geh da rein! Oh! Gott sei Dank. Okay. So. Die Ecke gucken kann ich nicht so gut. Wer hat mich denn da noch entdeckt? Fast. Da hinten ist noch einer. Okay. Ich renne mal hin. Komm. Ich renne hin. Und! Yes! Zack, Mann! Hier ist noch einer. 81. Ernsthaft. So, ich glaube jetzt ist alles... Ah! Was ist denn? Hier hinter? Ah, da hinter ist noch jemand. Okay. Aber da komme ich erstmal nicht hin. So, dann weiß ich ja jetzt Bescheid, ne? Jetzt weiß ich Bescheid. Aber der Anfang, der war doch mal mega mies. Müsst ihr doch mal zugeben, oder? Müsst ihr doch zugeben. Der Anfang war mega mies, so. Hier ist keiner. Okay. Aber ich finde die Schrittgeräusche hier so geil. Dup, 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 dup. So, was haben wir denn hier noch? Nichts. Okay. Dann. Moment mal. Ich muss... Hier rein. Moment. Hier rein? Hier hinten? Hm. Und dann hier irgendwas, genau. Ah, ne, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Hä? Moment mal. Ich will wissen, was diese... Ah, sind das Items, oder was? Ich gucke mal gerade. Ah, ne, nicht hier, sondern hier rechts rein. Hier ist schon wieder... Ey, ich kriege immer voll Schiss hier, weil die ganze Zeit die 70 aufleuchtet. Aber hier ist ja niemand. Hier? Hier, was ist hier? Ah, ne, das ist nur... Ah. Aber Moment mal. Ich kann ja... Hier irgendwo rein, ne? Dann gucke ich mal, was das... Ah, hä? Was das andere Zeichen da jetzt noch ist. Genau. Kann ich ja wieder hier über die Leichen steigen. Die wir ja so gekillt haben, so gut, ne? Nur der Anfang, der war echt ein Fies. Da ist noch einer, okay. Ne, geh weg. So, kann man die irgendwie ablenken? Man kann die nicht ablenken, ne? Ne. Und zack! Ne, du siehst mich nicht. Du hast jetzt erstmal ein Schwert in der Fresse. Geil. Ah, ne, das ist nur... Ne, das sind nur so verschiedene Zielpunkte, ich verstehe. Das ist ein Baum, okay. Ein Baum mitten im Schloss, okay. Auch nicht schlecht. Kommen wir hier rein? Ne. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich hier wieder rauskomme. Ah, hier, okay. Aber das ist rot, ne? Ne, hier komme ich nicht raus. Schade. Aber was ist denn hier? Hier wird doch irgendwas angezeigt auf der Karte. Na ja, schauen wir mal. Okay. Dann. Jetzt bin ich hier. Ah, da oben muss ich hin. Okay. Ich verstehe. Aber. Wenn ich nochmal zurückkehre, das ist ja wie so ein... wie so ein... ABC-Labyrinth. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Ich gehe mal wieder zurück hier. So, zurück. Gucken, wo ich hin... Aber hier ist keiner mehr. Ich kann mich jetzt voll auf die Karte konzentrieren. So, dann. Wie kommt man denn da hin, sagt man? Ich renne jetzt gerade wieder zurück, hä? Ja, ich renne wieder zurück. Blöd. Moment. Aber vielleicht ist da noch jemand. Moment. Vielleicht ist da noch jemand. Ich gehe mal ganz zurück. So. Und dann zum Startpunkt nochmal, weil da hatte man ja, glaube ich, zwei Wege, oder? Oder? Nee, doch nicht. Scheiße. Okay. Egal. Auf jeden Fall, ja, sehr geil. Wir sind im Fürst-Gudas-Schloss. Und machen hier alle kalt. Okay. So. Tipp, tipp, tipp. Das ist so geil. Aber naja, schauen wir mal. Und ja, wie gesagt, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier weiterkomme. Das war doch da eben... Moment mal. Hier drin. Hier drin. Das kann doch nicht nur... Das kann doch nicht sein, dass hier nur so ein Baum ist. Aber... Ah, Moment. Man kann hier durchkriechen. Ah. Ah, hier ist noch ein Item gewesen. Geil. Jetzt kommen wir der Sache schon näher hier. Okay, geil. Ah, ich verstehe. Ja, das habe ich vergessen, dass man hier unterm Boden herkriechen kann. Da ist auf jeden Fall noch ein Typ irgendwo. So, aber wo geht es denn jetzt auf? Ah. Ah, das ist eine Bombe. Geil. Okay. Hier gibt es viele Items. Warum kann ich das nicht... Oh, ernsthaft. Ich kann es nicht mitnehmen. Moment mal. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Sekunde. Irgendwo da, hm? Oder oben? Nö, hä? Toll, jetzt bin ich hier in einem Raum, wo ich nicht rauskomme, oder was? Ne, ich komme hier nicht rein. Es ist zu irgendwie, was? Was? Hä? Moment. Ah, hier, oder was? Ne, hier komme ich ja her. Moment. Hier komme ich doch her. Hä? Wie komme ich hier weiter? Muss ich irgendwo einen Schlüssel finden, oder was? Ne, da hoch kann es nicht sein. Ne. Kann man das hier irgendwie aufschlagen? Ne, auch nicht. Hier muss ich doch rein können. Hä? Hä? Hey, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Äh, jetzt hänge ich hier wieder fest. Blöd. Scheiße. Moment mal, was ist das denn da? Hä? Muss ich hier irgendwie was... Moment. Irgendwie aufschmeißen, oder so? Ne. Ne, das nicht. Damit habe ich jetzt nur die Gegner aufmerksam gemacht. Scheiße. Ne, das bringt nichts. Was soll ich da... Vielleicht das Schloss mit dem Schuriken abwerfen, oder so? Ne. Ah, Moment. Ach. Ich Idiot. Ah, ich Idiot, ey. Ich habe doch einen Schlüssel in der Hand gehabt. Ah. Okay. Ah, ich dachte, das wäre nämlich so ein anderes Ding gewesen. Aber es hat einen Schlüssel, oh mein Gott. Ja, das habe ich nicht erkannt. Es tut mir leid. Manchmal bin ich so ein bisschen... ein bisschen blöd. So, da läuft der Typ rum. Ja, du siehst mich aber... Ah! Shit. So. Und? Siehst du mich? Ah! Scheiße! Fuck! Hat er mich doch noch... Was ist das denn da? Wie geil. Man sieht seinen Schatten. Ja. Ah! Hier ist doch wieder Grafikglitches. Cool. Okay. So. Wo ist der Sposti? Dreh dich rum! Komm schon. Oh, ja. Und? Kill von oben, oder was? Nein, nein, nein! Das war so blöd! Ich bin so blöd! Ich will doch einfach nur... Ich will doch nur... Ah! Ich sehe ihn nicht! So. Egal, komm. Und? Zack! Scheiße! Ich wollte eigentlich nur Kill von oben machen. Und da hat er mich entdeckt. Ja, das war meine Blödheit. Das gebe ich zu. Ah, das war meine eigene Dummheit. Ja. Ich sehe es ein. Das war Fail. Ich wollte einfach nur probieren, ob es hier Kill von oben gibt. Aber naja. Wo ist der? Hä? 80! 80, Alter! Wo ist der? Bisschen verarschen, oder was? Ne, vielleicht hier hinter. Oh. Oh. Und? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Uhuhuhuhu! Boah! Oh, das war knapp. Geh weg! Ja, sehr schön. Und lass mich raten, der dreht sich gleich rum, hä? Ich bin wahrscheinlich zu spät. Ich bin zu spät. Ah! Scheiße, ich bin zu spät, Mann! Ah! Ich bin wieder zu spät gewesen. So, geh hier runter. Komm. Ah! Ich war zu spät! Richtig schlecht. Richtig schlecht gerade. Aber die Gegner hier, die sind ähnlich wie im zweiten Teil, aber die sind trotzdem schlauer. So, er geht weg. Er geht weg, oder was? Wo ist der denn jetzt? Hallo? Da hinten. So, jetzt aber. Jetzt rennst du doch offensichtlich weg. Du rennst doch offensichtlich weg! Warum hat er mich entdeckt? Warum hat er mich entdeckt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat er mich entdeckt? Ah, unfair. Scheiße. Ist das fies, ey. Ist das fies. Ah! Nein! Was machst du denn? Ja, blöd. Oh, es tut mir leid für diese Fail-Folge wieder. Aber ich spiel's halt zum ersten Mal, ne? So, da ist er. Oh, jetzt krieg ich den aber. Ah! Ey, jetzt hat er mich schon wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl wirklich nicht. Ah! Oh Gott, ey. Wie oft will der mich jetzt noch entdecken? Ich glaub, ich kill den gleich so, ey. Wenn er jetzt nicht bald mal hier das Zeigliche segnet. Oh, ey, ist das... Das ist krass. So, jetzt... Bisschen warten. Ja, der steht doch jetzt. Jetzt. Und... Und... Diesmal! Oh, der hab ich schon wieder entdeckt. Der hab ich schon wieder entdeckt. Aber diesmal nicht. So, was ist hier drin? Bestimmt ein Gegner. Ah, nee, ein Heiltrank. Okay. Sehr schön. Muss ich jetzt auf den Tisch springen, oder was? Kann ich den nicht zivilisiert darunter nehmen? Nö, Rekimaru springt auf den Tisch. Okay. Das ist die Art, wie er seine Items abholt. Statt sie einfach zu nehmen, springt er auf den Tisch. Ja, es ist... Da! Da! Hau ab. Äh, heh. So. Und? Abwarten jetzt. Abwarten, Junge. So, jetzt. Komm, 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 ging. ZACK! Aber warum entdecken die mich denn manchmal? Das verstehe ich nicht. Aber ich habe ihn trotzdem gekillt. So. Da fließt noch das Blut. Geil. Guckt mal. Das Blut, wie es da fließt. was oh man ah dahinter hinter der wand ich verstehe aber sehr schönes Design auf jeden Fall von diesem Level mag ich finde ich sehr geil ok da muss ich jetzt einfach nur hier weiter ja oder ich will halt nichts verpassen ich will es halt so gut wie möglich spielen und alles mitnehmen ah hier geht es runter ok ich verstehe so oder komme ich hier her ah jetzt bin ich wieder hier auf der Etage ok cool ah nein shit was 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 ist der hier hochgekommen ernsthaft oh das wäre krass wenn der hier hochgekommen wäre mensch wo ne der ist nicht da ok ah ich muss hier raus so ok wie gesagt ich spiele es das erste mal es tut mir leid wenn ich da ist er noch ha wenn ich hier feile aber hm so jetzt stopp ah ah boah was der dreht ne Runde ok was macht der da der dreht ne Runde der dreht ne Runde was macht der da ist der besoffen der ist besoffen ok geh schneller yes so diesmal ohne entdecken ja gut er hat mich entdeckt aber ohne entdecken nach kill oh was ist das hier sieht geil aus naja so was haben wir hier noch hier sind noch Räume ne genau hier sind noch Räume was ist das ist das ein Panzer oder was ja aber nicht für mich bestimmt ok ah nein wollte ich nicht stopp ich muss doch noch hier zurück ne ne noch nicht Freunde noch nicht ich hab doch hier noch was zu tun ich hab doch hier noch was zu tun dahinten da war ich doch noch nicht überall da komm ich jetzt hier nicht mehr raus doch so da komm ich her da muss ich hin war hier noch was ah da ist doch ein Gegner schaut mal ah jetzt kommt der dreht sich rum ne alles klar aber schon wieder hat der mich hat der kurz gesagt I see you ah keine Ahnung was das soll so so da ist der nächste so da ist der nächste so und nein 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 fuck scheiße oh und zack ah nein das ach du scheiße boah die sind gar nicht mal so schlecht oh oh und schlag du sollst dich wehren und ja schlag doch weißt du was schuriken nein jetzt killt er mich ernsthaft jetzt killt er mich und und ah gott sei dank man ja ich weiß das nicht mit den kombos ich wollte jetzt gerade die kombos ausprobieren aber irgendwie keine ahnung scheiße der hat mich entdeckt oh oh man das ist ja eine schlechte das wird wieder so eine schlechte Statistik hier ey oh gott ah da ah da oben muss ich ja hin stimmt okay so stopp und zack genau so hier oben ist doch noch was bevor ich da zum ziel gehe wo denn wo denn hinter mir in der wand okay alles klar hinter der wand so dann was ist hier ah das ist direkt der nächste oh mein gott da hat sich gerade etwas ja einmal avira Sekunde das muss ich mal kurz hier wegklicken so so weiter geht's wo ist denn der ah ich muss abwarten okay ich muss abwarten bis der seine Runde gemacht hat okay und direkt nein nein warum oh man ich wollte doch ich wollte hier rausgehen und da geht er da rein ja ah ah man ich krieg's nicht mehr hin ich krieg's nicht mehr hin die die Stealth zu killen ohne entdeckt zu werden warum ich krieg's nicht mehr hin jeder entdeckt mich hier ah wichser ey du wichser man da wollte ich da rausgehen da geht der Rikimaru da rein ah ich hab die Zeichen voll immerhin das geil okay was haben wir jetzt Ninjutsu block okay block and push enemies off balance Ninjutsu face right when the enemies die attack ah also kreisdrücken immer okay ich bin nur weil der off balance ah ich verstehe okay ja geil na dann so jetzt nehm ich mir aber das Item was da hinten liegt oder ist das kein Item das ist noch nicht mein Item oh man ah der ist hier hinter wenn ich hier die Tür aufmach oh Gott da ist noch einer fuck wie soll ich denn das jetzt machen ah direkt sieht mich einer ich muss doch irgendwie Sicht haben ah ok ich muss doch nein mach das zu oh gut mach das zu ey ich muss den echt beobachten jetzt aber irgendwie gehen die hier keine ruht oh und wer denn der dreht sich jetzt rum genau natürlich dreht der sich jetzt rum ah ey nein mach zu bis sie sich beruhigt haben so jetzt da sind zwei drin ich hab da hinten noch einen gesehen eben da ist noch einer wie soll ich die kriegen ohne Giftreis oder so wie soll ich die kriegen ich hab keinen Giftreis hier oh Gott ich hab Angst ey da ist doch irgendwo noch einer gewesen ich trau mich nicht da rein weil da ist noch einer und die drehen sich irgendwie immer voll schnell rum ach das ist doch ja keine Ahnung ich hab keine Ahnung wie ich das machen soll nö ey ich hab keine Ahnung welchen Moment ich da abwarten soll es gibt ey hä wer denn wer denn was wer was scheiße ja ja dann greif ja das klappt nicht mit dem Kreis ja das ist bloß ja dann hau halt ab Mensch fuck ey äh doof aber wie immerhin ist der Eimspur da rausgelockt ah was wo kommt der denn her was macht der denn hier hä oh Junge 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 ah geh weg was macht was was ich kann ihn nicht austricksen oh mein Gott was ist das denn jetzt hier oh man oh der kommt hoch scheiße oh man hier muss ich mich verstecken schwer schwer ey ich glaub das wird hier Ninja oder so wenn überhaupt da hat wieder irgendwer eine Leiche entdeckt boah ist das krass boah ist das krass ey fuck so jetzt so boah ist das heftig ey das ist heftiges Level doch da ist der der dreht wieder seine Runden warum dreht der einen Kreis wie soll ich den da killen was macht was verdammte Scheiße ey okay der rennt rum wie soll ich das machen wenn er da seine Runden dreht aber runter gucken kann der doch nicht oder was macht der denn da ruhig dich doch mal es geht nicht es geht nicht es geht nicht es geht einfach nicht mach auf mach auf mach das auf so da links irgendwo ist das fies ey ist das fies scheiße ist das fies das ist so gemein hier wirklich ist jetzt nämlich noch einer drin da wie soll ich das machen ich muss abwarten ey ich muss abwarten bis der sich kurz rumdreht komm den kriege ich jetzt aber wenn der sich mit dem Rücken zu mir dreht nee der macht irgendwelche Faxen keine Ahnung na jetzt wenn das jetzt nicht reicht ne so doch okay dann hätte ich aber wirklich am Spiel gezweifelt wenn das jetzt nicht gereicht hätte ey so nochmal weiter gucken okay nein ey wie können die mich so schnell vor allem so schnell oh mein Gott aah fuck geh doch mal weg hier vor allem es geht so schnell oh Fehlfolge es macht trotzdem unheimlich Spaß das Spiel also es ist so geil wirklich aber es ist halt übelst unfair wie ich finde genau genau oh 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 ja oh Gott sei Dank ey das war nämlich wieder ein ungewollter Move Okay. Aber hier Großmeister zu kriegen, ey, das ist doch extrem schwer, oder? Da ist noch einer. Ich hab ihn gesehen. So. Da hinten ist er. Ja, der kommt hier hin. Weg. Weg. Hier an die Wand. Ab an die Wand. So. Okay. Okay, der geht weg. Der geht weg, oder? Der geht weg. Yes, der geht weg. Alles klar. Nice. Nice. Okay. Ah, Kostel. So was haben wir denn da noch? Da war ich, glaube ich, schon überall. Ha, was? Oh, da hinten. Achtung. Ah. Boah, ich bin jetzt extrem mutig. Ah, sehr schön. Okay. Okay, und zack. Geil, okay. Drei hintereinander. Oh, Gott sei Dank. Bisschen Ehre retten hier. Scheiße, das war schon echt heftig grad. Okay. Dann. Puh. Okay. Ich find das grad ein bisschen... Wow, das war geil. Und runtergeslidet. Aber hier war ich doch eben, oder? Ah, ne, das ist neu. Spiegel. Ah, okay. Okay. Ah. You're alive? I kept myself alive by using the ninja deep sleep technique. And you show up right when our lord is under attack? While sleeping, I sent my shadow far and wide across the land. Your shadow? Yes, my shadow. And how do we know you're not just a shadow? I am, I am Rikimaru. I am a shadow. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Oh, man, ey. Das tut mir leid. Wirklich. Das ist eine übelst schlechte Statistik. Aber ich hab immerhin zwölf Stealth-Kills. Drei normale Kills, ja. Äh. Ich hab sowieso zu wenig gekillt, seh ich gerade, ne? Ja, egal. Komm. Egal. Ja. Scheiß drauf. Ah. Schwieriges Level. Ja. Da ist der Giftreis endlich. Der Giftreis. Alles klar, den probiere ich beim nächsten Mal aus. Ja, das war eine Folge zum Vergessen, Freunde. Aber egal. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ja. 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 Ah, okay. Wir müssen also ein geheimnisvolles Schwert finden, was anscheinend böse Kräfte freisetzt und das auch Lord Mayo benutzt hat. Genau. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und schaut mal, wir haben endlich den Giftreis. Wir haben endlich den Giftreis. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Strength Potion. Ah ja, okay. Das kennen wir. Der Rest ist bekannt. Okay. Alles klar. Wie heißt das Ding? Tetsubishi. Ah ja, okay. Interessant. Äh, ja, ne. Wie gesagt, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Das war aber auch ein Scheiß-Level, jetzt mal ehrlich. Naja, egal. Äh, gut. Dann würde ich sagen, äh, wem es gefallen hat, der lässt doch bitte ein Like oder ein Abo da. Ich kann mir vorstellen, dass das Video jetzt nicht jedem gefallen hat, weil ich so rumgefailt habe. Aber wenn doch, ja, würde ich mich freuen. Und yo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.